Ich kann Deutsch. Kampf-AG. Hallo! Wir sollen uns auf einiges gefasst machen. Okay, ist es einfach ein Dungeon? Jetzt weiß ich nicht, in welchem Stockwerk ich bin. Ich liebe es. Ich bin nicht in 54S. Okay. Oh! Oh! Entschuldigung. Ich wollte nicht stören. Terry-Bug. Der hat wieder Biss, alter. Und Body-Check natürlich. Ähm... Flick-Klaue! Flick-Klaue! Okay, jetzt halten wir mal was aus hier. Verdammt normal. Au! Nice. Äh, wir heilen uns. Oh ja! Danke! Schläft noch? Good Doggo! Das reicht nicht, oder? Doch! Jawohl! Jawohl! Viel EP! Wow! Hast zwei Level. Dankeschön! Dankeschön! Hä? Und die... Das Gegenteil. Einer... Oh! Das ist auch ein Trainer. Ja, okay! Was hast du? Mhm, 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 mhm. Setzt der wirklich x-Spezialverteidigung ein? Oh! Wow! Der hat ja gar keine Spezialverteidigung. Ha! Selbst auf Plus Eins nicht. Das heißt aber auch, Beisar klärt jetzt nicht mehr viele Sachen. Sondern wir müssen TMs benutzen. Verdammt! Aber so stirbt er nicht, geringens nach zwei Attacken. Weil er jetzt besser ist. Johannes. Okay. Okay. Ist der Mürben? Okay, easy. Halten wir aus. Auch ein Crit halten wir aus. Jetzt heilen wir uns. Okay. Noch mal Barsch auf dir. Ja, gut. Ja, gut. Wohlkommen. Jetzt ist der Biss. Jetzt zeigen wir uns. Das ist ein Mürben für ein Typ. Noch nie gesehen, die Attacke. Okay. Easy. Obwohl es Stab war. Geilo, viel EP. Okay. Noch ein Barschuft. Ist da was? Nehmen wir jetzt einmal Cotton. Nehmen wir jetzt einmal Cotton. Wegen eine Pflanze gegen Wasser und so. Also ich schätze mal Barschuft ist Wasser. Also ich schätze mal Barschuft ist Wasser. Okay. Okay. Jetzt saugen wir uns einmal voll. Alter. Das Ding hat halt gar keinen Angriff. Boah. Oder Spezialangriff. So beides nicht. Zurückgeschreckt. Na klar. Jetzt müsste er tot sein, oder? Mit den Ege... Ne. Egesam reicht nicht. Ne. Ne. Dem... 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 Den... Und flop. 900. Und das 2 Level? nicht mal noch nicht mal ansatzweise hast du ja ja volltreffer es gehen wir einfach mal und wundersatz geben wir einfach mal ja ich möchte gerne das item da unten haben irgendwie müssen wir dich jetzt mal weg klatschen es tut mir leid angestellte pira mega sauger ja sie strahlen wir brauchen tms gar keine spezialverteidigung gab das ding holy fuck das auch nicht was ist los mit dir du haust dir alles weg ach du gegen dich haben wir noch nicht gekämpft okay da 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 ja wir sind im vorteil tschüss oh man die entwicklung balsak hat die entwicklung echt gebraucht junge junge jetzt möchte man nach 54 s bitte haben wir denn hier so müll einmal ist so bestimmt was übertrank du stehst einfach rum mit deiner brieftasche da ne nicht brieftasche wie nennt man das denn mit deinem aktenkoffer und wartest einfach auf kleine kinder die die vor die flinte laufen okay schon ein bisschen creepy just saying aber eh bald kein ap mehr aber ist nicht sehr effektiv aber kann ich jetzt nur noch psychstrahlen jetzt oder nicht mehr psychstrahlen anscheinend nur noch psychstrahlen ok stimmt ja das begrenzer begrenzt die gegnerischen attacken auf das was als letztes benutzt wurde macht schon sinn wir können uns in fight heilen hallo prachtexemplar von einem trainer danke ist auch ein bisschen creepy weil ich bin elf und du bist weiß ich nicht 35 oh tochter psycho gegen psycho ist nichts nicht effektiv nicht effektiv du schläfst aber gleich einmal heilen bitte nice ok gott man wir brauchen den käfer ja ist das nochmal weiß es nicht mehr zornklinge oder so ja flop ja alter ok es hätte hypnose gelernt anscheinend wenn wir es nicht entwickelt hätten wach doch auf in einer beschissenen lage vielleicht so immer hohe verteidigungswerte ok ok 5 das geht für den ganzen kampf halter ist das nur Einmal Ottmann, dann einmal heilen, also Ottmann heilen, so und wieder zu Ottmann wechseln. Jetzt wacht's auf, oder? Nee. Dann halt Step Aqua knarren. Okay. Okay, dann halt Sound klinge, weil irgendwann one shoten würde ich dann. Alter, warum macht das Ding auf einmal so viel Schaden? Aber es müsste jetzt töten. Oder? Oder? Ja, meine Fresse. Hm, was haben wir hier so? Isaac schläft noch. Also mal aufwecken den Jungen. Ich glaub da oben rechts ist dieser Typ, der mit uns unten gesprochen hat und wenn wir bis zu dem Kommen kriegen wir bestimmt was. Stravickel? Ach, das Ding. Käferbiss. Das ist nicht so geil. Angriff plus verwechseln, verwendet. Ah ja. Oh nein. Easy. Easy. Weiserkeit hält so viel aus. Unglaublich. Du, 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 du. Du wolltest eine Pause machen, jetzt kommt dir ein Elfjähriger entgegen, dem du in die Fresse holen musst. Okay. Angestellter Greg. Wow. Du bist ja mindestens 50 Jahre alt. Junge, Junge, Junge. Hat der alle drei Käfer, äh, alle drei Affen oder was? Wir wechseln. Wegen Biss. Ich will keinen Biss kassieren. Easy. Macht gar nichts. Du bist jetzt hoffentlich tot. Ja. Geil. Vegemark. Äh, ja. Ist unser Konter quasi. Stein ist schlecht gegen Pflanze, ne? Ist neutral gegen Pflanze. Alles ist neutral, okay. 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 Wir brauchen drei Attacken, durch, wegen Egesam. da, 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 da. Nice. Okay. Mmh, 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 mmh. Zumgleich, äh, wie auch immer der Wasseraffe heißt. Da wechseln wir zurück zu Ottmann und benutzen Strauchler. Sodamack, genau. Das Ding ist ja, denke ich, nicht schwer, aber es ist halt effektiv. Gucken, wie viel Strauchler macht. Die, 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 die. Oh ja. Nice. Die, 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 die. Jawoll. So, was gibst du uns, Madame? Ah, okay. Wir müssen ihn oder sie. Ist das eine Frau? Ist ein R. Hausmeister. Gift. Ah, hehe. Da haben wir doch was gegen. Blink-Klaue. Bam. Pico-Chiller. Es ist doch das... Ist das nicht normal? Mhm, mhm. Duplex-Heap. Geil, wir haben ihn abgewehrt. Yes. Nice. Ah. Geil. Endlich. Sehr schön. EP-Teiler. Ich glaube, das... Ich gebe es einfach mal... Äh, dings. Potten. Also könnten... Ne, ich will den... Den Affen will ich echt nicht benutzen. Irgendwie mag ich nicht. Ich brauche ein anderes Feuermann. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü... Heilen. mach meine pokémon fit ich hau mal grillkäse weg du 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 du